Ja, es ist gar nicht so leicht, glauben manche Menschen. Und sie bekommen mit diesem Glaubensmuster natürlich auch Recht, weil du ja das erlebst, was du glaubst. Das heißt, wenn du gelernt hast, zu glauben, dass die Dinge schwierig sind, dann können sie für dich nicht leicht werden, weil du ja somit dein Glaubensmuster zerstörst und dein Glaubensmuster glaubt wiederum, über das Ego du zu sein. Und das glaube ich nicht mehr. Weil, wenn du das auch nicht mehr glaubst, was glaubst du, dass da aufgeht? Haha, was du da als erlebst. Unglaublich, ich sag das. Darum glaub nichts mehr, weil dann erlebst du die unglaublichsten Sachen. In diesem Sinne, du hast dich. Und hauriii. Und hauriii. Und hauriii. Vielen Dank.